Da ist er auf 10 Zentimeter gewachsen. Ja, da muss ich nur so machen. Aber da hat sich die Mütter halt noch nicht erschrocken. Das ist ja auch noch nicht so gut, ne? Ich steh hier. Und ich hab da einfach so gemacht. Er hat mehr oder weniger auf Mann geschossen. Ja, okay. Ich hab Glück gehabt, dass er sich dabei nicht verletzt hat. Ja, runter! Ja. Oh! Oh Proudino! No, ich grippe ihn! Ja! Ja, gut! Ich habe mir Glück aufs Verstand. Drehen! Oh Scheiße! Oh! Au! Spiele das Ding! Au! Okay! Aber zur Seite! Ja! Warte, warte. Was macht der Schiri? Er hat schon mir gezeigt auf dem Mittelpunkt. Er hat schon auf dem Mittelpunkt gezeigt. Da ist wieder der Große da drüben. Okay! Hipp! 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 So, nochmal aufpassen, jetzt komm!